Der Aufzug führt an die Oberfläche. Diesmal wird der Schwarm nicht aufgeben. Er weiß, dass ihr ihn erfasst. Es führt kein anderer Weg auf. Wir müssen ihn verrichten. Leute, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann die drei Generatoren von hier steuern. Also locke ich den Schwarm in einen inaktiven Generator? Ja, aber Sie müssen ihn nah herankommen lassen. Wenn die Elektrizität nicht den erwarteten Effekt hat... ...das Risiko müssen wir angehen. Nathan, der Schwarm weiß, wo Sie sind. Laufen Sie zum ersten Generator. Differenzierung kann nicht mehr so gut aus. Musik Zauberpunkte die »Junsel.« 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 Erholt sich mal! Laufen Sie doch neben dem Generator! Ok, wieder mal das Mikro nicht gegangen. So, ich meine ich muss. Jetzt wo Sie sind, laufen Sie zum ersten Generator! Ich dachte ich muss über die Röhre weiter gehen. Aber... Ich habe die Kanone auf den Boden. Geht das Loch an? Gut gemacht, dein Fett! Nehmen Sie die Kanone! Ich bin jetzt weg weg weg! Ich habe mich erwischt! Ich habe mich erwischt! Hier rein! Dann wäre ich wahrscheinlich ok! Ich muss sparen. Ich habe wieder keinen Schuss mehr. Jetzt habe ich einen Schuss verschossen. Jetzt wird es nicht. Nein, ich habe noch nicht mit dem. Ich habe noch einen Schuss! Jetzt ist er nicht gekommen. Er kommt nicht! Er kommt nicht! Er hat keinen Schuss mehr. Jetzt lachen! Ui das war knapp! Ich muss mich so fressen lassen! Nehmen sie die Kanone! Ich habe die Kanone! Ich habe die Kanone! Ich muss mich so fressen! Wo ist der Schwan? Nehmen sie die Kanone! Ich habe die Kanone! Ich habe die schon! Oh Gott! Wir haben jetzt das Spiel in Hasen! Nehmen sie die Kanone! Ja, ich hasse! Wo ist der Schwan? Nehmen sie die Kanone! Ich hätte noch auf ihn schiessen! Oder? Scheisse! Ich muss ihn ja noch einmal abschießen! Schnell, schnell, schnell! Ui, komm komm! Komm, komm! Komm zu mir, komm! Komm will ich nochmal schliessen. Komm! juice det時間 Marsch. Komm ein paar drin. Komm in, ich muss locken. Komm in und runter. Im fl goes! Komm! So, nur eine Mine? Ja, ich habe ihn. Kommt er bitte dort? Was war das? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wenn er die anderen Türme aktiviert, können wir die Transformation nicht mehr aufhalten. Die Transformation? Diese Türme sind Millionen von Jahren alt, Nathan. Ihre Architekten sind lange tot und ihr Zweck wurde nicht erfüllt. Durch die Schöpfung von Daedalus löste ich unwissentlich eine Kette schrecklicher Ereignisse aus, die zu dem gleichen Ende führt, das unserer Welt einst erspart blieb. Die Bestien haben uns noch nicht besiegt. Aber wenn Daedalus nicht aufgehalten wird, ist unser Schicksal unerwendbar. ECHO-1 bittet um sofortige Evakuierung. Roger, ECHO-1. Sentinel Team steht bereit zur Evakuierung. Ankunft in ca. 90 Sekunden. ECHO-1. Sentinel Team steht bereit zur Evakuierung. Durchhalten wahrscheinlich. ECHO-1 hier Haymaker. Nähere mich der LZ-Druck. Scheisse! Rückzug! Rückzug! Ein Titan hat mich im Visier! Ich bin getroffen! Ich gehe runter! Wiederhole! Gehe runter! Nein! Warner, bitte kommen! Wer nicht mit... ...ein Titan hat Haymaker erwischt! Verstanden! Ist das da die Brücke da? Bin bereit! Zeigen Sie mir nur die Richtung! Negativ! Bleiben Sie auf Abstand! Der Senkrechtstarter darf nicht in einer Heissenzone! Vielleicht ein kleiner Larkhug. Verstanden! Kapelli bleibt wie bei der Kanone, falls der Luzern wieder zu sich kommt! Also gut gemacht! Springen! Springen! Verbellen! Ah, der war schon da! Der ist noch... Scheisse! Wo ist jetzt meine Energiewaffe? Ich kann jetzt die Beinwaffe bringen! Ich kann jetzt die Beinwaffe bringen! Scheisse! Ich kann jetzt die Keine ausmachen! Sagen Sie nicht... ! Was ist ein Abstand? Gehe! Aber ich kann ... Ich kann ihn mit der Granate wegmachen, wenn ich ihn gut verwutsche, aber das tue ich nicht. LZ ist gesichert. LZ ist die Verhandlung an. Gibt es noch seine Waffe irgendwo? Okay. Irgendwie nicht. Meine Elektro-Waffe ist auch weg. Scheibe. Die ist auch leer. Uh. Ich brauche glaube ich Medikament. Ich brauche Medis. Ohne Behandlung verschlimmert sich Ihr Zustand noch. Ja. Zuerst muss der Turm in Chicago dran glauben. Und jetzt? Schwarz. Sie sehen scheiße aus, Lieutenant. War es wer? Hören Sie auf, Corporal. Es gibt nämlich keine Inhibitor-Station, wo wir hingehen. Sie sind jetzt eine wandelnde Zeitbombe. Genug, Corporal. Das ist ein Befehl. Nicht mehr lang. Das wissen Sie genau. Und dann puste ich Sie weg. Ist das klar? Ich werde nicht zögern. Nicht für eine Sekunde. Machen Sie doch. Aber bis es soweit ist, wechseln wir das Thema, okay? Ich weiss ich denn nicht, wenn sie schon die Medikamente mal mitnehmen und bringen oder so. Das ist ein Befehl. Der Turm muss von innen abgeschaltet werden. Bringen Sie uns näher an. Negativ. Eine Flotte Saber sollte ein Luftkorridor schaffen. Aber wir haben den Kontaktverlangen. Alles klar, Lieutenant? Mit die Kälbogen sagen, bis sonst. Dr. Malikow, bleiben Sie bei der Eskorte. Und wenn es Ecker gibt, tauen Sie ab. Wir melden uns, wenn der Weg zum Turm frei ist. Ui. Aufklärer berichten von früheren Aktivitäten im Wasser. Echo. Halten Sie Messer Abstand. Verstanden. Senkrecht Starter in die grüne Zone. Wir melden uns mit der Freigabe. Okay, wir haben wieder nur... Die kann ich wirklich nicht geben mit dieser Waffe. Das reagiert... ...da reagiert gar nicht. Jetzt ist es irgendwie nicht besiegbar. Ist da etwas Geheimes? Ja, da komme ich nicht vorne, die Kelle. Die Rede ist schieflich noch. Ich habe jetzt Wasser. Hat Grace diesen Ort nicht vor zwei Jahren geräumt? Harte her, sind wohl nicht alle rausgekommen. Will jemand einen Slicer? Sieht kaum gebraucht aus. Suche immer und finde nichts. Granate habe ich auch keine mehr. Oh, ein Saki Blattwerfer. Das ist sicher eine Gegend, ob man nur so gehen kann. Ich glaube in Chicago ist ein Alkoholproblem. Benz? Das ist der Mann mit dieser Waffe. Auf die Dächer achten! Dächer? Uh! Das ist die Richtung, wer da rüber will. Vielleicht wird man eh die... ...Granatenwärme. Negativ Echo! Wir haben Störungen auf allen Kanälen. Warten Sie, bis die Leitungen stehen! Ja! Eine Granate, oder? Du kannst euch erheben. Warten Sie um und mit dir. Man geht's hier auf dir. Geschafft! Überhoben! Das ist sicher ein gutes Leifen. Ich kanne gut drauf, aber jetzt kommt es rein. Oh, es ist sicher Planet. Sie hat einen Weg in den Weg. Ok Da ist jetzt ein Schuss. Ich denke nicht mehr. Es ist gar keine Helden mehr. In einem Nachkampf agieren. Da muss ich sicher. Feuerleiter, auf 1 Uhr! Na, was? Hier drüben, Lieutenant! Ja. Ich versuche noch etwas Waffen sammeln und so. Ich werde das nicht. Ich werde das nicht. Ich werde das nicht verletzen. Ich werde das nicht verletzen. Feuer einstellen, alles klar? Ja, okay. Klar. Ich werde noch nichts haben. Auch nicht. Ich werde das nicht verletzen. Man merkt, wir kommen wahrscheinlich in das letzte Drittel des Spiels. weil die Munition wird immer rarer. auf. Ich werde das nicht verletzen. Ich habe das nicht verletzen. Ich werde das nicht verletzen. Ich werde das nicht verletzen. verstanden ich schicke hoffern und capelli als verstärkung zurück melden sie sich wenn alles gesichert ist capelli ich nehme mir den ersten vor sie übernehmen den gegenüber